ja moin meine lieben aus dem sonnigen herrsche bräuch frühlingsanfang 19 grad ja endlich kann ich jetzt anfangen bei meiner diva wieder alles zusammen zu bauen heute geht es los mit dem zylinderkopf die chef in inka ist natürlich auch da passt gut auf ja da kommt der zylinderkopf drauf wird alles noch mal schön jetzt müssen sauber gemacht alles noch ausgeblasen mit druckluft werden die laufbahnen der kolben noch mal entsprechend mit dem motoröl womit auch der motor betrieben wird cw60 und castrol edge betrieben ja mein ganzes werkzeug habe ich schon wieder aus dem schlafzimmer hier rüber gebracht die neue verstärkte zylinderkopfdichtung habe ich auch schon hier und natürlich auch meine reparatur leitung so einen zylinderkopf hole ich dann gleich wenn ich hier fertig bin mit sauber machen von dem motor und dann geht das hier los und dann werde ich das wie immer mit zeitraffer für euch begleiten so jetzt ist alles vorbereitet für das auflegen der neuen verstärkten zylinderkopfdichtung den block habe ich noch mal richtig schön sauber gemacht vorher noch mal mit 3000er schlafpapier die kleinen unerhebenheiten weg dann bremseranjal sauber gemacht dann zum schluss mit kompressor noch mal alles ausgeblasen dass sämtliche löser alles entsprechend frei ist dann im oberen bereich noch mal mit silikon sauber fettfrei und jetzt kommt diese zylinderkopfdichtung darauf bis zum nächsten mal Vielen Dank. Vielen Dank. So, yippie-ah-jee. Der Zylinderkopf ist drauf. Zylinderkopfschrauben festgedreht. In drei Durchgängen. Einmal 35 Newtonmeter. Zweiter Durchgang 90 Grad. Dritter Durchgang auch nochmal 90 Grad. Jetzt werde ich einmal kurz die Kurbelwelle durchdrehen. Gucken, ob ich irgendwo Widerstand habe. Oder ob alles sauber eingestellt ist. Danach werden die Ventile eingestellt. Das dauert auch ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde. Dann warte ich auf Martina, dass sie mir hinten am Fächerkümmer mal mit anpasst. Dass ich den Fächerkümmer da richtig draufkriege, die Schrauben ansetzen kann. Und dann ist für heute Feierabend. Dann bin ich sehr zufrieden. Alles gut. Alles super. So, dann drehen wir jetzt einmal in der Kurbelwelle. Gleich noch mal 4 hin. Die stimmen alle. Hier oben am Hinterkopf und unten an der Kurbelwelle. Das stimmt auch. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier alles ordentlich bewegen lässt. Au. So. So, jetzt wieder ein bisschen hoch. Ja gut, ich habe wieder zurückgestellt. Also nichts passiert. Alles gut. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Alles ist gut. Alles gut. Ach ja. Das kann ja nicht gehen. Ich Idiot. Ja, moin meine Lieben. Aus dem wieder sonnigen, schönen Herrspräuch. Und ich kann frohe Kunde bringen. Und zwar, warum, weshalb, zeige ich euch jetzt. Ich hatte gestern das Problem. Und zwar ein Problem, was ich sonst noch nie hatte. Aber das ist halt typisch lieber. Dass ich den Zahnriemen nicht draufgekriegt habe. Es hat mir ein halber Millimeter gefehlt. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Obwohl ich den Zahnriemen über den Winter bei mir, wie gesagt, in der Wohnung hatte. Also nicht draußen gewesen. Guten Morgen, Inka. Malzeit, Inka. Schön, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall habe ich den nicht draufgekriegt. Aber ich kenne ja Gott sei Dank da den einen oder anderen Schrauberhau-Degen. Und da hinten mein Kumpel Thomas Lamberts, der Mini-Papst aus Poulheim, telefoniert. Und er sagte ganz einfach, du musst ihn nur ein bisschen erwärmen. Er hat ja nur ein halber Millimeter gefehlt. Entweder gehst du mit einem Heißluftföhn dran, einen normalen Föhn. Oder nimmst du einen Eimer mit heißem Wasser. Also habe ich den Zahnriemen in einen Eimer mit heißem Wasser reingelegt. Keine fünf Minuten. Und schwuppdiwupp war das kein Problem, da draufzukriegen. Deswegen, also Thomas, Dankeschön für diesen genialen, aber einfachen Tipp. Ja, jetzt geht es hier weiter. Ich denke, ich werde jetzt erstmal die Ventile einstellen. Und danach kümmere ich mich um den Fächerkümmer. Da habe ich ja gestern zusammen mit Martina, die ist nach Feierabend nochmal vorbeigekommen, haben wir schon mal die ersten vier Schrauben angesetzt. Dann habe ich gesehen, dass unten am Fächerkümmer das Rohr rausgegangen ist. Wahrscheinlich hat sich eine Schelle gelöst, da gucke ich nachher mal nach. Dann werden, wie gesagt, die Ventile eingestellt. Hier vorne die Abdeckung kommt wieder drauf und nochmal gucken, wie weit ich komme. Aber der Zahnriemen ist drauf. Ich habe mich schon zweimal auch rumgedreht. Das heißt also, zwei Kurbelwellenumdrehungen ist eine Nockenwellenumdrehung. Die Markierungen oben und unten stimmen, lässt sich leicht drehen. Von daher, alles tutti und Papa ist sehr, 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 sehr zufrieden. Super. So, nächster Arbeitsschritt. Einmal Ventile einstellen. Einlass 0,25 und Auslass 0,30. Was ich auch entsprechend in meinem kleinen Merkbuch alles notiere. Okay. Was ich auch entsprechend in meinem kleinen Merkbuch. Was ich auch nicht in meinem kleinen Merkbuch? Also, magnet, lecker,칙os recreation. Was ich auch entsprechend in meinem kleinen Merk both oder K attaatorn? Sekunden mit dem, das Bernd P++ in dem stadium verbinde. Für mich auch nicht. SchmДby, weil ich eins nochょße anstelle. Ich astronomers auch nicht. Also, ich habe gerade seine Karten und화 Maschine. Um zum Teil für das Mscherpack liegen beisham. so die nächste tagesaufgabe habe ich auch erledigt alle ventile angestellt als nächstes mache ich die abdeckung für das zahnrad und kurbelwelle danach mache ich noch die keil für die wasserpumpe drauf und dann war es das für heute die neu lackierte abdeckung ist schon mal drauf das sieht ja mal richtig geil aus so ein bisschen farbe ausmacht nicht schlecht so für heute macht der power feierabend schwung gerade vorne drauf befestigt auch festgemacht morgen kommt dann für die wasserpumpe wo ich das habe dann geht es an meinen geliebten fächerkümmer da die schrauben festmachen dann muss ich mir überlegen wie ich da hinten den großen benzinfelder festmachen dann muss ich nochmal alle kühlwasserschläuche checken welche ich unbedingt wechseln muss und welche nicht zwei benzinschläuche bräuchte ich wahrscheinlich neue weil wenn ich dann nämlich den benzin filter befestigt habe wird das nicht mehr reichen von der länge her aber das sehe ich aber ansonsten war das ein guter tag hat alles geklappt wunderbar bin zufrieden